Jetzt Achtung! So, hallo. Wir haben jetzt April 2022. Dieses Jahr haben wir die Retro im April. Die Retro in Stuttgart ist eine sehr, sehr schöne Veranstaltung. Nur sind wir dieses Jahr nicht auf der Retro. Wir waren ja die Jahre zuvor immer da, aber dieses Jahr sind wir nicht da. Ich wollte es nur vielleicht für die Leute, den Leuten sagen, die mich vielleicht dann auf der Retro suchen oder gewohnt sind, dass ich da da bin. Dass wir dagegen Feierabend in Weißabrik unter zusammendrinken können. Wird aber dieses Jahr nicht möglich sein. Ansonsten würde ich sagen, wünsche ich Ihnen viel Spaß auf der Retro und bis demnächst. Gerne. Dankeschön. Tschüss.